Ach du Schande, Alter, ihr macht Sachen, wenn ich jetzt draufgehe. Also die Leiter kaputt sind in der Mitte. Ja, da kommt trotzdem drauf. Ja, da musst du dann draußen, dann geht das Treppenhaus wieder aktiv. Ach du Scheiße, Alter. Du kletterst jetzt hoch, dann gehtst du so ein schmales Holzbrett lang und dann geht's die Treppe rauf. Bin tot, bin neustart. Oh Mann. Ihr macht's zu euch. Ähm. Du musst so weiter die Treppen hochgehen. Dann kommt noch ein Stück, da wurdest du keine im Weg. Dann kannst du drübersteigen. Dann noch ein bisschen hoch und dann musst du doch mal in den Schacht rein. Dann bist du oben auf dem Dach. Wer kommt denn auf so eine Idee? Da hoch zum Klettern? Ja, wer kommt auf so eine Idee? Das würde ich am Leben nicht machen. Aber die können ja bis aufs Erfild runter snipen von da oben. Ja, und irgendjemand kann auf euch drauf snipen anscheinend. Genau, das hat man gesehen. Mit deinem Fliegel, der schritt dreimal nicht aufs Dach rauf. Also die Seite, wo du stehst, ist safe, oder? Die Seite draußen ist safe. Alter, das subzt da runter. Ja, ich war kurz wieder da. Also ich war bewusstlos, dann war ich kurz wieder da. Dann bin ich mit runtergerobbt. Und dann wieder bewusstlos. Nachdem ich heutzutage vorher komplettes Paket gekriegt habe mit Beine verbinden und überhaupt verbinden und Salina ein Satz, wie es Arina ein Satz löst, wie es solch heißt. Gott, wo bin denn ich schon wieder? Ich hab mich da nicht drauf, Alter. Ich hab's vergessen. Wer traut sich? Kambi-Wobo, drei Kilometer. Bin ich da weit weg, ja, oder? Oder was ist Kambi-Wobo? Ist das Elektro- Äh, was ist das? Aber die Leute... Elektro. Leute? Ich mein, bei mir wär's ja wurscht, ne? Soll ich's versuchen? Tobias. Leg dich aber dann neben sie hin, Richtung zu mir dann, weil sie beschießt, dass du genug aus Deckung hast, mehr oder weniger, dass du Bescheid weißt. Aber kann ja auch sein, dass sie schon weg sind, weil die haben ja uns zwei bloß rauflaufen sehen, also... Und haben uns beide getötet, von daher... Ähm... Alter, das war jetzt ein anderer Fehler, den ich jetzt gemacht hab. Warum? Ich wollte meinen Rucksack weglegen, jetzt ist mein Rucksack weg. Liegt er wahrscheinlich ganz unten. Der kann ja jetzt überall im Haus sein. Na, da ist er. Oh. Kein Glück. Das Kambi-Vubo ist Elektro, oder was? Oder? Nicht der richtig? Äh, Kambi-Vubo ist vor Elektro. Äh, ich brauch was, wo ich mich sterben lassen kann. Warum? Besser geht's doch nicht vor Elektro kurz. Ich hab drei Kilometer bis dahin. Ja, wenn sie jetzt sterben lässt, dann bist du wahrscheinlich hier, Solnitschi. Du bist sieben Kilometer weg von Elektro. Also ich geh hoch. Hä? Wer ist denn das da oben? Das ist die Karin. Ja, ich werd beschossen. Noch eine M4. Ja, eine Sniper und eine hat eine M4. Oh Gott, ich muss sich aufschieben zum Pantaschieren. Kann ich in den Fahrschulschacht rein? Boah. Äh, probier, dass du mich von unten, du kannst ja einfach bloß hochrennen, wo die Seilwinde ist. Normalerweise kannst du mich von da aus Armbandaschieren. Hä? Aber das bist du, Karin, oder? Da oben. Ich bin das da oben, ja. Andy, was los? Bist du tot? Nein. Trifft nicht. Trifft nicht. Ich hab sie banagiert, ich gebe das Efinitrin. Efinitrin hilft nix. Du musst das Salimberg geben. Hab ich ja keins. Aber ich hab eins. Ich kann sie hier runterstoßen. Ja, aber du bist mal. Dann bist du tot. Nee. Wenn du das springst, brichst du die Haxen, also bist du noch tot. Aber da auf, jetzt tötert er sie. Du bist mich runter. Und, bist du tot? Nein. Nein. Nicht. Dann hat's funktioniert. Immer noch mehr Gussgris. Andy, komm runter und geh in Deckung. Ja, ich komm. Der schießt von dem, genau. Ja, ja. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Ich geh, ich geh. Lass mich da rein. Kurz. Ja. Ich komm nicht rein. Der Hembelfahrt, da passiert da nichts. Der schießt vom, 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 vom Berg da hinten. Okay. Du bist eigentlich in Deckung, mehr oder weniger. Hoffe ich mal. Ich weiß es nicht. Ja, normal vor der Fahrt, wenn du da rausgehst, in der Tür bist du in Deckung. Ich bin hungrig, ich habe eine Dose Sardinen dabei, aber ich kann sie nicht aufmachen. Ich habe in meinem Kucksack einen Dosenöffner. Ja, ich bin ja neu gestartet. Ich bin ja ganz am Arsch. Bist du wieder da? Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Zurück, zurück, zurück. Jawohl. Super. Also ich müsste ja auch ein Haufen zum Essen dabei haben. Muss mal gucken. Oder trinken. Man muss wieder auch pappeln. Also ich sehe bloß einen weißen Punkt. Ja, du brauchst essen. Ich schmeiß hier mal Zeug her. Ich habe genug zum Essen da. Okay. Ich bin aber noch energyed und hydrated. Das war gut. Auf jeden Fall. Ich weiß auch, woher schießt Karin. Den könntest du eigentlich schnappen. Ja, super. Die Hose ist im Arsch. Ja, das ist klar. Also du gibst mir deine Musi schnell und ich probier's. Ich muss auch noch so Silbe-Zeugs drin haben, falls da irgendwie was hilfreiches sein könnte, um da aufzupäppeln. Und immer noch ein Starter-Kit. Ein Starter-Kit habe ich. Von hier damit. Dann kannst du noch ein Saline-Bag machen, oder was? Oh nein, die hat's auch verreckt. Oh shit. Was? Das Jacket hat's auch erwischt. Meine Jacke und meine Hose hat's erwischt. Okay. Warte mal, ich schmeiß jetzt hier dieses Starter-Kit her. Oh, da waren wir noch zwei Schuss drin. Ich hab noch welche. Osin? Ja, gib mal her. Ich müsste auch noch einen 20er-Stack drin haben, bei mir. Die müssten gehen, oder? Ich hab selber noch welche. Ja, ich hab einen 20er. Dank's. Eher und schon, der ist da oben irgendwo am Berg. Ich hab ihn schon vorhin grad gesehen. Ich hab noch einen Treff. Hast du die Starter-Kit-Karin liegt neben dir? Ich hab kein Saline-Bag mehr, kein brauchbares. Das ist egal. Ist das ruiniert, oder ist das badly damaged? Ruint. Da kann man's nimmer draufziehen, oder? Christian, oder? Geht mit. Ruint ist kaputt. Also ruiniert ist, ist kaputt. Scheiße. Ich hab mein Visier. Der sitzt da. Jetzt ist er weg. Jetzt hat er sich ausgelockt, die Sau. Dieser Bamba verschwunden. Der war da gehockt, und jetzt ist er verschwunden. Hat er die Düse gekriegt. Ach, komm, hör auf. Das sind doch so richtig Pfeifen, Alter. So war das echt... Mein, mein. Hey, das funktioniert sogar noch. Es sind Pfeifen, Alter. Schwarz. Das Einzige, was ich grad gesehen hab, war die Sonne. Schwarz und die Sonne. Komisch. Aber die ist da, hier. In die Richtung ist die Sonne. Naja, richtig. Es sehe ich gar nicht. Ich hab sogar noch Saline-Bag. Fertig ist da. Und los... Gibt's mir! Dann hast du aber vier Stück. Ich sag halt, da eine Überdosis. Ich glaube nicht, dass das daran liegt. Ich hab' mal die Waffe gezogen. Hör mal. Ich hab' leider schon gelootet hier. Da hat man noch was kriegen. das heißt alle und nix ich habe schon mal einen größeren Rucksack gefunden gleich wo du auch hast nichts mehr 5-4 ja du musst mehr essen trinken dass das du alles hellgrün hast ja ich trinke ich trinke was geht black hoodie habt ihr noch was zu trinken hier ja schon ja lass den green raincoat an kann man über den raincoat eine tactical rest drüber ziehen ne oder doch ja doch ja geht das muss man auf dem tower oben drauf schauen wie man siehst das ist nicht so wenn man hunderttausende von dosen hat das ist nicht so wenn man hunderttausende von dosen hat was soll ich denn vorrennen das ist ja echt über das ganze airfield alter das ist ja super das ist doch nichts oder drittst doch nix hör auf doch echt mit dem 8-fach scope ja ja da liegt noch eine dose links links neben dir liegt noch eine dose zum trinken aber es ist das zweite lohne in die gebäude und die treppe drunter schauen der elektro ist leer gelootet oder was oder ja weiß ich nicht und hier aussieht was komplette airfield die hinterste baracke ist neunhundert meter weg ja mit diesem long range scope hast du normalerweise eine reichweite von 800 da ist noch so einen grünen rucksack und dann haben wir beide schon ja wir treffen mich so zu ihm das andere wieder wenn ich da unten spurten da triffst du nix da hast du dir einen quass du hast was zum trinken aber der große vorteil ist du kannst jeden warm ja das stimmt ja also scouten kannst du super ok komm wieder rein also ich servus servus hast du schon mal versucht die maske abzunehmen dass ob du dann wieder was siehst ja natürlich und es ist immer nur schwarz bei dir oder wie ja gibt es ja nicht wird da vorlaufen ja aber ich futter jetzt schon die fünfte dose ja was sagt denn das energized und hydrated wie schaut es denn aus ist es hellgrün ja natürlich beides ja aber kein healing nein ich sag jetzt das healing setzt erst ab einer bestimmten blutmenge wieder ein ok aber das müsste ich jetzt trotzdem regenerieren er hätte jetzt vier saline bags bekommen ja ja also ich hätte hier noch wenn sie mir nur irgendwie ein starter kit besorgen könnte ich hätte noch ein saline bag hier ach langsam ja ja ich kann warte mal ich kann höchstens zum zum krankenhaus noch schauen ich habe noch eins da tatsächlich ich habe noch eins im ding ich habe turn schauen dann nimm das du kannst es kombinieren dann ist das ruint wieder äh hast du schwäche ja hau her ja hau her jetzt darf das ja ok dann ist es genug also wenn es beim fünften saline bag nicht funktioniert dann bringe auch die nächsten fünf nix das ist irgendein Bug jetzt Munition für ich habe das Salimbeck hier neben mir geworfen ich sehe auch nichts jetzt die komm ich Dachwärts ist jetzt weg ja jetzt kriegst du Nummer 5 ich dachte Nummer 4 wenn du genug gegessen hast steht Energize da aber das ist wurscht wenn man jetzt eh nicht so viel dabei hat dann ist das jetzt noch nicht so tragisch so jetzt kommst du mit rüber hier denn jetzt hier drei Baracken wo wir looten können wir können es dann versuchen dass wir uns hier mal auf die Server noch durchlocken bis die Türen zu sind und wieder vorsichtig sein erste Barack hier du kannst die zweite nebendrohneben du kannst die zweite nebendrohneben du kannst die zweite nebendrohneben ich kann mich nicht nebendrohne spielen ne ich muss ja nicht ja schaust du in die linke rein in die rechte und wie schauts aus? immer drin nur ein bisschen drehend da ist noch so ein blauer Schrank in jedem Raum wenn was draufliegen jetzt sagt sie nix mehr zu uns es sieht immer nur schlecht aus ich stehe jetzt mal ah was weiß ich ich hab die Auflösung von meinem Bildschirm geändert ja super aber hauptsächlich 5 Sellingbags verschossen oh man ey ja ich hab wieder vorliegen im Hintergrund ja klar du hast alles voll du bist ja voll gesund wie schauts mit healing aus oder hält sie? oh oh geht da was dabei? ich hab einen großen gefunden einen blauen ich hab kurz du hast noch gebrochene Haxen orange ne? ja ähhhhh scheiße ähh morphin dabei? nein leider nicht wie gesagt ich kann jetzt nur zum zum krankenhaus laufen und schauen ob da wirklich zufällig eins ist ich weiß was machen du kennst ja mal schauen ob du wenigstens vom Bach runter kommst hab ich ja grad genug du kannst keine Leitestleien wenn du gebrochene Flüsse hast ne sag'n das nimm mir auch wieder den grünen ich sag' ich schau' ausprobiert äh wo lagen die jetzt? da ist keiner mehr Hunterpants den äh den Ketan du bist um da wo ich jetzt hinschau' äh ich frage in welcher äh Farbe wir sind bei euch voll oder was? nö da ist keiner drauf wo zur Hölle war jetzt ich hab Stecken! ich hab Stecken! und zwei Schuss oder? Leute dieser Zombie ist weg kannst Empty machen und äh in die Ding mit benutzen für die ähm Mosin Karin was machst du da du bitte? Jürgen weiße ich helfe mal hilfe mal hilfe mal so wo ist sie denn? ahhhh ah da steht einer wo steht einer? das bin ich Eheh warte 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 du hast den gebaut oder hast du Verbände? ал brauche ich noch der ist vertrieben gegenüberliegen da ist er drauf ziehen ok und dann haben wir das ding haben die beinschienen ja weil ich muss die ableihen dann die nehme ich in die hand genau da gibt es hier er hat die tür wieder zugemacht nicht meine ihre fixen haben wir vorbeigeschossen deine beinchen müssten wieder gehen ich habe hier noch eine hose hallo die hose und die maske falls du eine andere maske wirst ich gehe mal vor ich weiß nicht wie es darunter geht also darunter steigen die glitschen jetzt dann auch noch